Ich lerne Deutsch. Nummer 15.524 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist nicht immer notwendig, Vokabeln auswendig zu lernen. Es gibt bessere Methoden. Es ist nicht immer notwendig, Vokabeln auswendig zu lernen. Es gibt bessere Methoden. Diese grüne Windmühle kannst du in Holland besuchen. Ich helfe meinen Eltern beim Säubern des Gartens. Die Schaufel ist sehr schwer. Das Wort abgehoben beschreibt jemanden, der sich übermäßig selbstbewusst, weltfremd oder arrogant verhält. Oder es kann etwas bezeichnen, das sich in übertriebener, realitätsferner Weise darstellt. Das Wort abgehoben beschreibt jemanden, der sich übermäßig selbstbewusst, weltfremd oder arrogant verhält. Oder es kann etwas bezeichnen, das sich in übertriebener, realitätsferner Weise darstellt. Auf dem Tisch steht eine leckere Pizza mit Käse, Tomatensauce und verschiedenen Belegen. Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Warum drehst du mir den Rücken zu? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.